Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und wahrscheinlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und heute reden wir nach längerer Zeit mal wieder über das Thema, wie man denn am einfachsten und besten Bitcoin kauft. Denn ich wurde in den letzten Wochen wieder einmal mehrmals gefragt, welche Variante denn ich derzeit empfehlen würde, um einfach Bitcoin zu kaufen und vor allem, welche auch ich selbst benutze. Und wir hatten ja bereits in früheren Folgen, die ich natürlich nochmal in den Episodennotizen verlinken werde, über verschiedene Wege und Plattformen gesprochen, wie man Bitcoin im Internet kaufen kann. Die bekanntesten Plattformen, auf die man natürlich immer wieder stößt, sind Coinbase, Kraken oder vor allem auch die deutschsprachigen Bitwalla, die jetzt neuerdings Nuri heißen, Bitpanda oder die Bison App. Natürlich gibt es da noch viele, viele weitere, doch da kann man wirklich auch sagen, das sind die größten, auch die bekanntesten Plattformen. Und bei diesen Plattformen läuft dieser Kauf immer gleich ab. Man registriert sich mit seinen Kontaktdaten, durchläuft dann einen Verifizierungsprozess, meist über einen Videochat, durch einen Dienstleister und da weist man sich dann eben mit dem Personalausweis aus. Anschließend kann man dann per Banküberweisung Euro-Guthaben oder auch Schweizer Franken an die Plattform senden und damit dann eben Bitcoin kaufen. Und eine Gemeinsamkeit besitzen diese Anbieter, denn sie halten die gekauften Bitcoin-Guthaben für die Kunden selbst. Bedeutet, man besitzt die privaten Schlüssel nicht selbst zu diesen eigenen Bitcoin, sondern vertraut eben diesen Plattformen, dass man sich mit seinen Zugangsdaten anmelden kann und dann auf die eigenen Bitcoin zugreifen kann. Das ist ungefähr vergleichbar mit der Einzahlung von Bargeld, das heißt ihr geht zu eurer Bank, zahlt dort das Bargeld ein und ihr vertraut darauf, dass ihr, wenn ihr wieder zu der Bank geht, dass ihr euch dieses Bargeld auch wieder auszahlt und eben euer Guthaben auszahlt. Im wirklichen Besitz dieses Geldes seid ihr aber nur dann, wenn ihr dieses Bargeld, jetzt einfach gesagt, in der eigenen Matratze haltet oder selbst aufbewahrt zu Hause bei euch. Um dann die Bitcoin wirklich auch zu besitzen, muss man eben dann noch einen weiteren Schritt gehen und die Bitcoin auf eine eigene Wallet transferieren, für die man selbst den Zugriff, also die privaten Schlüssel besitzt. Heißt wiederum, wenn man einen gewissen Betrag gekauft hat oder auch angehäuft hat, muss man manuell eine Transaktion durchführen von dieser Plattform eben auf die eigene Wallet und das Ganze ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Aufwand. Zudem bieten die wenigsten Plattformen, die ich jetzt gerade genannt habe, automatische Sparpläne an, mit denen man dann einfach regelmäßig automatisch kleine Beträge in Bitcoin oder an Bitcoin kaufen kann, was natürlich für viele sehr zu empfehlen ist. Darüber haben wir in dem Podcast ja auch schon häufig gesprochen. Und eine Übersicht zu diesen genannten Plattformen, die ich jetzt schon besprochen hatte, findet ihr auf der Seite des Podcasts. Den Link dazu füge ich euch wie immer natürlich in Episodennotizen, da euch ein bisschen aufgeschlüsselt, was da die Besonderheiten sind und auch vor allem, welche Gebühren da anfallen. Nun kommen aber immer mehr Anbieter auf den Markt, die genau diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, immer mehr aus dem Weg schaffen. Das heißt, es gibt da keinen direkten Registrierungsprozess mehr mit dem Personalausweis, man kann automatisierte Käufe, also Sparpläne durchführen und man kann vor allem, das ist ein ganz großer Schritt, direkt auf ein eigenes Wallet kaufen. Und drei Anbieter, die genau das oder mehr oder weniger in ähnlicher Form anbieten, sind zum einen Bitter, Pocket und Relay. Und die Gründer von Pocket waren ja bereits in der Folge 57 zu Gast und Julian von Relay hatten wir in der Folge 29 schon mal da. Und wenn ihr da nochmal genauer reinhören möchtet, da haben die natürlich genau darüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert, welches Ziel sie dahinter verfolgen. Also wer diese Folge nicht gehört hat, die kann ich wirklich nochmal sehr, sehr empfehlen. Und alle haben eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie in der Schweiz angesiedelt sind. Denn nur dort sind die Regulare in Europa so, dass dieser Service insbesondere ohne diesen genannten KYC, also den Know Your Customer Prozess, durchführbar sind. Die sind bis zu einem bestimmten Betrag dort möglich. Das Ganze wäre zum Beispiel in Deutschland nicht möglich. In Deutschland müsste man bei der Börse auf jeden Fall bei jedem Betrag eben diesen fairen Verziehungsprozess durchführen. Und bei diesen Plattformen müsst ihr einfach kein Online-Ident-Verfahren durchführen, wodurch ihr natürlich Zeit spart und die Menge der übertragenen persönlichen Daten wird reduziert. Wieso ihr aber dann doch persönliche Daten übertragen müsst und man nicht von einem KYC-freien Prozess sprechen kann, darauf werde ich dann gleich nochmal kommen. Schauen wir uns nun einfach mal an, wie man beim Kauf eben bei diesen Plattformen vorgeht. Bei Pocket und Bitter läuft das Ganze über die Einfach-Internet-Seite im Browser ab. Bei Relay gibt es dazu eine eigene App für das Smartphone, also Android und iOS. Bei allen Anbietern gebt ihr zunächst eure E-Mail-Adresse ein, denn dort wird nachher auch später die Bestätigung für den Kauf gesendet. Anschließend gebt ihr eure IBAN ein, also ganz mal eure Bankkontodaten, von welchen ihr dann ab sofort eure Euros oder auch die Schweizer Franken überweisen werdet. Hier müsst ihr aber beachten, dass die Überweisung auf jeden Fall in die Schweiz geht, weil die Bankkonten liegen in der Schweiz. Und eigentlich sollten diese Überweisungen kostenlos sein bei den meisten Banken, gerade im SEPA-Bereich natürlich. Aber ich habe gehört von vielen Personen, dass es immer noch Banken gibt, die gerade bei Überweisungen in die Schweiz Gebühren verlangen. Das heißt, da müsstet ihr mal nachgucken, wie das bei euch im Konto aussieht. Nicht, dass ihr dann nachher 5 Euro Gebühren zahlen müsst, weil dann lohnt sich das Ganze natürlich nicht mehr. Und nun kommt im nächsten Schritt der große Unterschied zu diesen klassischen Plattformen, wie zum Beispiel Coinbase oder Bitpanda, die für euch eben diese Bitcoin-Guthaben aufbewahren. Denn im nächsten Schritt könnt ihr nämlich nun eine externe Bitcoin-Adresse eintragen, zu dem ihr die privaten Schlüssel besitzt. Denn eure gekauften Bitcoin werden dann automatisch auf diese Bitcoin-Adresse transferiert, sodass ihr sofort im wirklichen Besitz dieser Bitcoin-Guthaben auch seid, im Gegensatz zu eben zu diesen Plattformen, die für euch die Guthaben verwalten. Und hierfür könnt ihr eigentlich jedes Bitcoin-Wallet verwenden, also ob das jetzt ein Mobile-Wallet ist oder ein Desktop-Wallet oder natürlich auch ein Hardware-Wallet, wie zum Beispiel die Bitbox oder Ledger. Die Anforderung ist nur, dass die Plattform aufgrund der Regularien sicher gehen muss, dass ihr auch die Besitzer dieses angegebenen Wallets seid. Das heißt, hierfür muss eine Nachricht der Plattform mit dem privaten Schlüssel signiert werden, wodurch man eben diesen Besitz beweisen kann. Diese Signierung ist vor allem für Einsteiger am Anfang noch etwas verwirrend, doch das Coole ist nämlich bei Bitter und Pocket, wenn ihr da zum Beispiel die Bitbox verwendet, könnt ihr diese Signierung automatisch durchführen, was auch dann wirklich sehr, sehr einfach funktioniert. Dadurch müsst ihr keine besonderen Eingaben in der Bitbox-App durchführen, sondern es funktioniert wirklich alles automatisch auf der Browser-Ebene. Aber auch für alle anderen Wallets gibt es bereits sehr ausführliche Anleitungen, wie man diese Signierung manuell durchführt, weshalb da auch durch ein bisschen Recherche das alles sehr, sehr gut durchführbar ist. Bei Relay habe ich diese automatische Signierung noch nicht entdeckt, weshalb hier diese noch manuell durchgeführt werden muss, wobei ich denke, dass diese in naher Zukunft auch noch integriert werden wird. Hier habt ihr aber den Vorteil, dass Relay in der App bereits seit längerer Zeit eine eigene Wallet anbietet, worauf dann eure Bitcoin-Guthaben bzw. privaten Schlüssel gespeichert sind. Und diese Bitcoin, die ihr gekauft habt, werden natürlich automatisch dort auch gespeichert. Das heißt, ihr habt da auch den vollen Zugriff, könnt ihr ein Recovery-Seat anzeigen lassen. Das heißt, dort benötigt ihr überhaupt gar kein externes Wallet, weil das wird schon angeboten. Nachdem ihr dann die Bitcoin-Adresse eingetragen und signiert habt, ist der Einrichtungsprozess eigentlich schon abgeschlossen. Nun erhaltet ihr eine Bestätigung mit den Zahlungsdetails der Plattform, also direkt angezeigt oder nachher auch nur per E-Mail, an die ihr dann euer Geld überweist. Hier müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass der angegebene Verwendungszweck übereinstimmt, denn nur so kann eure Überweisung nicht auch eurem Wallet zugeordnet werden. Bei Pocket und Bitter wird dann nämlich automatisch bei Eingang des Geldes der gegenwärten Bitcoin gekauft und automatisch auf eure angegebene Bitcoin-Adresse übertragen. Heißt, ihr könnt dann ganz einfach einen Dauerauftrag einrichten, um dann automatisch immer wiederkehrend Bitcoin zu kaufen oder ihr könnt natürlich auch einmalig kaufen, je nachdem wie ihr das möchtet. Wenn ihr den Sparplan unterbrechen oder verändern möchtet, also zum Beispiel einen Betrag oder einen Intervall, dann könnt ihr das ganz einfach über eure Überweisung steuern. Das heißt, ihr müsst an sich in dieser Plattform selbst nichts mehr ändern, sondern geht einfach eure Online-Banking, ändert diesen Dauerauftrag und insgesamt funktioniert das Ganze wie ein Geldautomat. Das heißt, das Geld, das ihr hineinsteckt bzw. ihr natürlich jetzt überweist, wird automatisch mit Bitcoin umgewandelt zu dem Zeitpunkt, in dem es ankommt und wird dann auf eure Bitcoin-Adresse transferiert. Bei Relay gebt ihr während des Einrichtungsprozesses nämlich auch den Betrag sowie den Intervall an, zu dem ihr kaufen möchtet. Wenn ihr diese Angaben ändern möchtet, dann müsst ihr diesen Auftrag in der App löschen und einen neuen einrichten. Das heißt, da ist also der Unterschied zu Pocket und Bitter. Ich hatte ja schon zuvor das Thema der Preisgabe von persönlichen Daten angesprochen, denn bei diesen Anbietern entfällt ja der Verifizierungsprozess. Dies bedeutet aber nun nicht, dass ihr überhaupt keine Daten preisgebt und die Plattformen auch keine Daten von euch erhalten, denn eure Banküberweisung enthält beispielsweise schon den Namen eurer Adresse. Das wissen auch die wenigsten. Und die Plattformen können natürlich diese Daten einsehen und aufgrund der Regularien müssen sie die auch abspeichern. Man kann es also so sehen, dass dieser KYC-Prozess nur vorgelagert wird, denn wenn ihr beispielsweise in Deutschland ein Bankkonto eröffnet, müsst ihr ja auf jeden Fall einen Verifizierungsprozess durchlaufen. Das sollte man auch wirklich im Hinterkopf behalten, da in früherer Zeit von manchen Anbietern mit einem KYC-freien Kauf geworben wurde, was natürlich dementsprechend komplett falsch ist. Nichtsdestotrotz spart ihr natürlich bei dieser Registrierung Zeit und man weiß natürlich nicht, was mit diesen persönlichen Daten bei den Dienstleistungen der Plattform geschieht, die diesen Verifizierungsprozess durchführen, zum Beispiel den ihr nachher eurem Personalausweis in die Kamera haltet. Da weiß man einfach nicht, was passiert mit diesen Daten. Kommen wir natürlich noch zum Abschluss zu der großen Frage, was kostet denn der ganze Kauf? Bei Pocket und Bitter liegen die Gebühren für den Kauf bei 1,5%, also eures Kaufbetrages natürlich, plus die Netzwerkgebühren für die Transaktion auf eure Wallet. Diese sind natürlich derzeit sehr gering, da es kaum Aktivität im Netzwerk gibt, weshalb es interessant werden wird, wie das aussieht, wenn wir wieder mehr Transaktionen im Netzwerk haben. Pocket geht da zum Beispiel aber den Weg, dass sie die Bitcoin auf der Plattform Kraken kaufen und die Transaktionen der Kunden werden dann gebündelt, um sie dann an die verschiedenen Wallets zu verschicken. Dadurch werden die Gebühren so weit wie möglich minimiert und durch alle Kunden geteilt. Bei Relay wiederum betragen die Gebühren derzeit 3% für den Kauf, plus zusätzlich eine feste Gebühr von 2.000 Satoshis, also bei einem derzeitigen Bitcoin-Preis von knapp 40.000 Euro sind das so circa 80 Cent. Das ist natürlich wesentlich höher als bei den anderen beiden. Relay arbeitet aber hier bereits daran und möchte bis Ende des Jahres auf einen eigenen Broker wechseln, wodurch die Gebühren dann sinken sollen. Und ihr könnt die Gebühren auch noch um 0,5% senken, wenn ihr bei der Einrichtung einen Empfehlungscode eingibt, wie zum Beispiel den vom Podcast. Den findet ihr natürlich auch nochmal in Episodennotizen. Insgesamt sind die Gebühren bei allen drei Anbietern natürlich wesentlich höher als beispielsweise bei anderen Plattformen, die ich ja schon genannt hatte. Doch die genannten Anbieter sind auch nicht für das schnelle Handeln gedacht, sondern besitzen eben das einzige Ziel, langfristig und sicher in Bitcoin zu investieren, ohne sich dann irgendwie großartig Gedanken darüber machen zu müssen. Und das alles vollautomatisch. Denn wenn man das einmal eingerichtet hat, dann muss man sich eben um nichts mehr kümmern. Dann wird automatisch der Bitcoin gekauft und wird automatisch eben auf das Hardware Wallet oder die andere Wallet übertragen. Da ist es insbesondere für alle gedacht, die Bitcoin eben als etwas sehr langfristiges ansehen und eben nicht aktiv handeln möchten. Zusammenfassend würde ich nun sagen, dass diese Variante mit dem automatisierten Kauf auf diesen Plattformen, auf einem externen Wallet, derzeit eine der besten Varianten ist, um einfach und langfristig in Bitcoin zu investieren. Und durch die Aufbewahrung auf einem Hardware Wallet, wie zum Beispiel der Bitbox, seid ihr hier direkt auch auf der sicheren Seite. Natürlich gibt es auch hier noch Verbesserungspotenzial, da das alles noch einfacher ablaufen kann, wobei es durch diese automatisierte Integration, zum Beispiel mit der Bitbox oder auch dem Ledger, schon sehr, sehr gut für Einsteiger geeignet ist. Und was aus meiner Sicht sehr positiv ist und was auch das Gute daran ist, dass es nun drei Plattformen mit ähnlichem Ziel gibt. Denn es existiert ähnlich ein Wettbewerb. Denn zuvor gab es mit Relay nur einen Anbieter, weshalb sie auch etwas höhere Gebühren verlangen konnten. Und durch diesen Wettbewerb müssen nun alle besseren Service bieten oder auch die Gebühren senken, um eben um diese Kunden zu werben. Und ich bin da auch echt gespannt, welche Angebote da in Zukunft noch auf den Markt kommen werden oder auch wie sich dieser Service der einzelnen Plattformen, die wir jetzt schon besprochen haben, noch verändern wird. Aber insgesamt finde ich die Entwicklung jetzt schon sehr, sehr positiv. Denn vor einem Jahr hätte man überhaupt noch nicht davon geträumt, dass man mit einem automatisierten Sparplan direkt auf ein Hardware Wallet Bitcoin kaufen kann. Und wir sind jetzt schon soweit gekommen. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges sehen, dass das Ganze wirklich noch, noch einfacher wird. Wobei es wird spannend zu sehen, denn alle Anbieter können das Ganze nur durchführen, weil es eben in der Schweiz angesiedelt sind. In Deutschland gucken wir natürlich wieder in die Röhre. Und da bleibt es natürlich zukünftig spannend, das Ganze mal zu beobachten, wie das Ganze regularisch von den Staaten auch gehandhabt wird. Denn gerade diese Einstiegsrampen zum Kauf von Bitcoin sind eben nämlich diese Punkte, die man am einfachsten regulieren kann. Und deswegen müssen wir mal schauen, ob diese Services auch in der Schweiz in den nächsten Jahren noch möglich sind. Und zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch auf die Partnerschaft mit Shift Crypto hinweisen. Denn wie ich bereits erwähnt habe, könnt ihr eben mit BitPocket oder Bitter direkt auf die Bitbox kaufen und dadurch die Bitcoin-Guthaben langfristig aufbewahren. Und ich habe diese Integration auch schon selbst getestet und die Signierung läuft wirklich reibungslos ab und das kriegt auch wirklich jeder hin. Und mit dem Rabattcode BTC-Verstehen erhaltet ihr 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox. Den Rabattcode und den Link zum Kauf findet ihr natürlich wie immer in den Episodennotizen. Und wenn ihr dann die Plattform Pocket auch mal ausprobieren und gleichzeitig auch den Podcast ein bisschen unterstützen möchtet, dann findet ihr dazu natürlich wie immer auch den Link in den Episodennotizen. Denn mit jedem Kauf von euch wird dann ein kleiner Beitrag an den Podcast ausgezahlt. Und nun bedanke ich mich wie immer, dass ihr auch heute wieder zugehört habt und wünsche euch noch eine entspannte Woche. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.